Alex, so läuft das nicht. Du erklärst mir jetzt, was 4 Kilo Koks in deinem Kofferraum zu suchen haben. Willst du die Koks-Session sehen? Fick dich! Was? Ich brauch doch keinen Partner, der mir hinterher schnüffelt. Du redest mit mir und dann gibst mir deinen Dienstausweis und dein... Oh, der kleine türkische Bulle hat jetzt einen großen Auftrag gehört. Gut, dann kannst du mich gleich behaften. Ich hab nämlich das Koks beim Zugriff in Kostlads Wohnung abgezweigt. Das ist nicht ja lustig. Doch, ich brauch den Stoff, um einen Drogendeater zu ködern. Der Typ macht Geschäfte mit meinen korrupten Ex-Kollegen. Die haben mich in den Knast gebracht, weil ich an ihm dran war. Und wann wolltest du mir das erzählen? Och, das ist mein Kampf, Senior. Auf die saubere Tour kommt man nicht an die rein. Ist es das wert, dass du das alles aufs... Es geht doch nicht um mich! Ich hab die Kids gesehen, die sich den verschnittenen Dreck meiner Kollegen reingepfiffen haben. Die sind daran krepiert. Du juchst über 14, Senior. 14. Ich kann dich trotzdem nicht mit 4 Kilo Kokain vom Hof reiten lassen. Da wäre ein Problem. Ich werde Krüger-Meldung machen. Bis dahin müssen wir das Ding durchgezogen haben. Wie? Irgendwer muss hier auf sich aufpassen. Die Ohrläufspartner.